Hallo liebe Bewerberinnen, lieber Bewerber! In den folgenden Videosequenzen stellen wir dir den zweiten Teil des Sportleistungstests vor. In diesem werden die Ausprägung der Beinkraft sowie Anteile der Gleichgewichtsstabilität geprüft. Dabei musst du dich für eine von vier möglichen Einzeldisziplinen entscheiden. Nähere Informationen zu den Einzeldisziplinen erhältst du über die eingeblendeten Videolinks.